Die Nummer 14, Max Koduk, die Nummer 19, Robin Strotz, mit der Nummer 31, Martin Koch und mit der 32 für das Tor, Mirja Ottin. Das Spiel wird geleitet vom Sportkammaraten in Henning Degg, vom Torsak Kamoil. Der Sportkammaraten in Henning Degg ist ein erfahrener Schleswig-Holstein-Linger Schiedsrichter seit 2007. Sehr erfahren ist ebenfalls Schiedsrichterassistent in der Regionalliga und hilft bislang 58 Spiele in der SH-Liga. Er wird assistiert an den Linien von den Sportkammaraten Tidefuhl und Vincent.